Warum laufen jetzt davon so viele rum, weil wir jetzt schon wieder Minima... Oh Gott! Komm schon, genügen wir uns mal ein bisschen hier mit. Wenn wir treffen würden. Ja, komm schon, legt sie um, macht sie wieder. Ah, was haben wir noch da? Ja, komm schon mal, hör dich auf. Du Miststück, du brauchst es auch. Boah, da haben wir kurz einen Prozess gemacht. Aber kein Klappspaten, jetzt mal ganz ehrlich. Kommen wir hier oben scheinbar doch halbwegs sicher zu sein, da können wir uns doch mal anschauen. Wunderfähigkeiten. Töte von Mannschaften, zusätzlich Wut. Ne, ich möchte lieber, ich glaub eher was für Überleben haben. Schlüsselstufe 1. Anzextraplätze, Ausdaueregeneration. Sinkt die Preise von Gegenständen, die du kaufst. Und erhöht die EP-Belohnung für das Abschlagen von Körperteilen. Ja, machen wir das. Lieber, wenn man sowas, du hast 300% mehr Energie, aber man kann nicht alles haben im Leben. Ach, eigentlich fragen wir, warum ich überhaupt noch den Mist hier einsammle, diesen ganzen kleinen Mist. Aber man muss ja nicht alles verstehen, was ich tue, muss ich selbst schließlich auch nicht. Würde ich auch dran verzweifeln, wenn ich das auch nur versuchen würde. Hier muss eh wo ein Gegner sein. Zombie, Zombie. So. Da haben wir die doch. Und da haben wir auch schon Nummer 2. Und ich glaube, das war's jetzt mehr oder weniger. Komm einmal hallen. Zick. Ach, wobei ich glaube, das war bei dieser Stufe vielleicht sogar noch Verschwendung. Ach, aber was soll's. Dinger kriegen wir schließlich immer wieder. Ich glaube, hier lang ging's zum Lagerhaus, oder? Komm schon, wir haben schließlich noch ein paar Kugeln übrig. Weiß nicht, was wir damit erledigen können. Und dann werden wir gleich mal einen kleineren Zombiehaufen sehen. Dann werden wir eigentlich mal Raserei ansetzen. Ich sag mal, so 4 Stück reichen ja schon. Solange kein irgendein Super-Zombie dabei ist. Ach, das ist eigentlich auch schon Verschwendung. Aber es hat Spaß gemacht. Hab ich hier irgendwas erwischt? Ich glaub schon. Hä, 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 hä. Ach, nein, genau. Du Sau, du. Sau, du. Und hier um die Ecke war doch auch noch direkt einer. Du Jason, for you's to. Ah. So. Super, jetzt kommen sie alle einzeln nacheinander angetrottet. Das bringt mir jetzt natürlich auch nicht mehr allzu viel. Komm her, komm her. Du bist der Nächste. Schnitt und Ende. Wobei ich glaub, man hätte das wirklich lieber auf Cut lassen können. Ich weiß. Ist zwar irgendwo diese Verdenklichung, bin ich normalerweise auch nicht so der Freund von. Aber ne. Ein wenig wird doch wohl gestattet sein. Gerade so was. Schnitt. Schnitt. Wie sieht das denn aus in so einem Spiel? Wo kommen wir denn hin? Ja, ihr Psychos. Da könnt ihr mich mal sofort wieder... Ja, und du Küsse auch. Ja, haben wir uns nämlich rumgeschlängelt, um dir die Körperteile abzuhacken. Ja, aber warum da wieder so 100.000 Menschen rumhängen? Ich würde ja sagen, wenn man die wirklich ausrotten könnte, würde ich da jetzt loslegen wie ein Weltmeister. Aha, da haben wir welche, da haben wir auch welche. Kommt mal alle her und verfolgt mich mal. Ja. Damit ich schließlich was Schönes einsetzen kann gegen euch. Wie sind die denn? Da haben wir einen, da haben wir Nummer zwei, da haben wir Nummer drei. Was ist mit dir, junges Fräulein? Kommen sie mit. Ich will dann schließlich gleich eine Party feiern. Ja. Ah, vier Stück. Ah, schade. Ich habe ja noch oft auf Double XP gehofft. War leider nicht der Fall. Ja, die habe ich gesehen. Ich sehe jetzt erst meine Energie. Ah. Erwischen mich doch noch super gut, während ich in diesem kleinen Modus da rumgammel. Da bin ich gerade echt so doof, jetzt unsere kleine Dinge zu finden. Diese kleine Absteige. Vielleicht muss ich... Ach ja. Eigentlich wollte ich auf diesen Psycho zum Lehnen. Ja, das war es auch schon mit Schock. Hi. Zick. Hi. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt möchte ich dafür natürlich nichts unbedingt verschwinden gegen diesen scheiß Suizid. Dann machen wir anders. Komm schon, wir schleichen uns an den an. Hopp. Hat es da doch direkt den anderen miterwischt? Ja, nicht ganz. Und platt. Na, endlich. Endlich haben wir ihren platt gemacht. Oh, hier lang geht es definitiv nicht. Da gehe ich lieber wieder direkt weg. Aber bin ich gerade echt so falsch am Laufen, dass ich hier unsere kleine... Ewig schon den kleinen Außenposten nicht finde. Oh Gott, nein. Worauf lasse ich mich bloß ein? Ah, wie viele haben wir da? 1, 2, 3. Da komm schon noch nicht die hier reingeloggt, hinbegeloggt komme. Sollte das eigentlich so bekannt gehen. Oh. Ja, Schnitt-Erfahrungen. Springer-Erfahrungen schneiden mit. Ich denke mal, damit kann ich jetzt inzwischen dienen. Ja, damit kann ich inzwischen auf jeden Fall dienen. Hey. Der kleine Pimmelwurst, die möchte nicht rüberkommen. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm, wir haben hier ein bisschen Strom für euch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Von mir. Wie viele sind denn hier von denen? 25 von wegen hier los rein los rein und noch ein suizid zombie also ich würde sagen wir sind quasi schon tot gefällt mir wieder gar nicht so was ja nicht immer ich ja die hat auch was aber die ist schon so gut wie zerstört deswegen möchte ich jetzt erstmal nicht benutzen also wenn wir jetzt nicht ganz dringend zu unseren kleinen heimatstandort zurückfinden sie ist schwarz für uns das ding bringt uns auch nicht wirklich was dieser kleine gas tank weil wir keine munition mehr haben wir haben jetzt etwa per zufall entdeckt wo haben wir die karte die haben wir hier tatsächlich juhu wir sind bloß von hinten angekommen ach das ist doch wirklich perfekt oder macht die tür auf hilfe licht an lebt ja alle sollen dieser dunkelheit das ist doch nicht feierlich so was wunderbar was habt ihr ja noch ich will euch ja alles weg futter noch ein snack und zwar 25 26 keine ahnung bin ich zumindest nicht und bloß schnell die waffen reparieren hackmesser weg mit dem mist militär machte ja doch damit lässt sich auf jeden fall was anfangen so wo haben wir den schottel da schade ja viel energie haben wir durch jetzt trotzdem nicht weil wir natürlich wesentlich lieber gewesen jetzt ein bisschen mehr umfliegen würde mit haben wir kraftloses messer ach blick mich brauche ich alles nicht elektroschrotter elektroschrotter und nix haben wir hier und wir haben immer noch keinen klappspaten bist du ein klappspaten ja aber du bist eigentlich ein hübscher bäsi aber sind ja schließlich die schlitzerin und noch mehr alkohol ich glaube schon fast ich sollte echt lieber zurückgehen den rückweg sollte ich denke ich mal wesentlich einfacher finden und dann unverrichteter dinge ohne klappspaten ja komm ich weiß wo ich den klappspaten her krieg dafür machen wir schnell reisen gehen extra zum dschungeltunnel nicht also dunkle 1 der rettungsschwimmerturm stadttunnel rettungsschwimmerturm das müsste der doch sein ich bin mir fast sicher dort würde sowas geben ja auf ins grüne ist das nicht schön und ja die besten waffen befinden sich in kann ich nicht mehr zu ende lesen weil es schon lange weg ist munition ist unbezahlbar so setzt sie überlegt ein jawohl steht da immer noch bis zum ende stand da dazu bin deshalb so haben wir hier keine schaufel keine schaufel wohin will er mich denn hier schicken für eine mission ist überhaupt aktiv begraben suche ein sparten wie denn soll ich wo möchte er mich denn hinschicken etwa in die stadt zu den slums ja mir doch egal wir suchen einen sparten 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 gar nicht kirchen hier drin stand kann es sein wir sagen wir fahren einfach mal ein bisschen durch die gegend da fehlt mir denke ich mal schon anzeigen wenn irgendwo sowas sparten artiges in der nähe sein sollte aber die hat man da vorher so hin und hinterher geworfen bekommen wenn ich mich nicht irre oder wundert mich jetzt doch ein kleines bisschen fahren wir mal zum leuchtturm eventuell hängt da ein sparten rum ja ältere infos blablabla und blablabla und sowieso die viecher flippen langsam immer mehr aus merke ich jetzt schon diese verdammten infizierten aber auch immer wieder das gleich ach so bist du irre du troller verfolgt ihr mich hier oder was ja ich habe mich zumindest heilen gehen können da können wir jetzt dann gleich oben leuchtturm nachholen dafür müssen wir uns jetzt hier auf diese straße halten einfach nur und dann sind wir uns gleich auch schon quasi da ja das ist natürlich immer relativ habe ich die gleich mitgenommen tut mir aber gar nicht leid ja schöne straße ausblick ja auch nichts wirklich tolles zu finden außer eine landschaft in die man sterben würde ja im wahrsten sinne des wortes ja 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 ja